So und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 Ich guck gerade, Moorfleischemajor-Auftrag War nett, war mal die 37 Kilometer Äh, nix Wir waren jetzt gerade bei dem Karlsruhe-Beispiel, gell? Also, mein älteres Holt Sagen wir mal von Zweeprige nach Äh Karlsruhe Nicht Kassel, Karlsruhe So Ne, Hauptbahnhof nicht nur noch Karlsruhe Sagen wir mal So, zwei Leute wollen Mal nach Karlsruhe fahren und in den Zoo gehen Der ist ja direkt vom Hauptbahnhof Sagen wir kommen, wir fahren Samstag Moins Neun Uhr, färzig Ne, doofes Ne, nicht gestern Zeigst mir doch kein Preis an, da Doofes Beispiel, gell? Ne, noch nicht einmal Noch nicht einmal Jo Do, zack Äh, machen wir jetzt mal zwei die Klasse Zwei Erwachsene Wenn ich das jetzt so am Automat Ingevene So, Rentner fahrt ihr ja mittwochs Machen wir mal ein Extrembeispiel Mittwochs, Moins Acht Uhr vierzig So Da sind wir dann Bei Mittwochs An die Doktor zu Jedenfalls sind wir dann bei Hin- und Rückfahrt Bei 101,20 Euro Dann gibt's das Rheinland-Pfalz-Ticket Das Rheinland-Pfalz-Ticket Es kostet 29 Euro Darf ich mittwochs erst ab 9 fahren Äh, dann gibt's die VRN-Tageskarte Die kostet für zwei Personen 21 Euro Jedoch du darfst ab 0 Uhr fahren Und dann sogar noch Bis 3 Uhr am Folgetag Beziehungsweise Von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sunder Bis 6 Uhr Am Folgetag Kann man sich auch einen Bus kaufen So So Ach gut Äh Das sind 21 Euro Und die Leute eingehört Sie müssen Also du gibst in Am Automat Von Weil VRN geht ja nur bis Wörth Gibst du in Fahrkarte Von Wörth nach Karlsruhe Dann steht dort Fahrkarte Und Fahrkarte nur am Abfahrtsbahnhof Äh Zu erhalten Verbundtarif Dann denke doch die Leid Sie müssten in Wörth aussteigen Sie statt Eine Fahrkarte kaufen Nach Karlsruhe Und mit dem nächsten zu weiterfahren Ab Aber Es gibt ja noch Beim Automat Unrecht Beim Verbund Beim VRN Und Statt Zieleingabe Gibt es Unrecht im Ecke Versteckt auch Eine Option Fahrkarte zur Weiterfahrt Deutsche Bahn Also Fahrkarte zur Weiterfahrt DB Das ist dann nicht der KVV-Tarif Sondern DB DB Der ist ein paar Cent teurer Aber Kann schalten Die Fahrkarte Das wäre übrig Dann holst du dir die Fahrkarte Von Wörth nach Karlsruhe Kostet nur Euro So viel Muss ich unterwegs Aussteigen Im Schluss bin ich ja trotzdem billiger drauf Überm Rheinland-Pfalz Dicke Es sind dann 25 Oder 26 Euro Ich sehe schon nichts mehr Und der Sabreger So Ich weiß ja keiner Dass du doch So ein Pfalz-Ticket holen kannst So Brücke Leiten In Rheinland-Pfalz Beziehungsweise In Zwölbrücke Kannst du auch So ein Ticket holen Und dann geht's auch noch Und dann geht's auch noch Ich Stehe dann am Fahrscheinautomat Üt Übergangstarif Umland-Zweibrücken Ja Bis du das verstehst Bei Bierbach So ein Übergangstarif Aber Da kann ich auch Fahrschein zur Weiterfahrt DB holen Von Zwölbrücken und Bierbach Da hier Zwölbrücken im VRN ist Und Bierbach im Saar VV Kann ich auch eine Deutsche Bahn Fahrkarte holen Die kostet Ein paar Cent mehr Obwohl es Dasselbe Zug ist Die selbe Strecke Jo Ich war das letzte In Straussburg Haben wir so ein Saar-Elfers-Ticket geholt Von allen Bahnhöfen Im Saarland aus Und Moins Da hat das Ding Erst ab 9 Uhr Geld Wir wollten Ne Wie war das Doch Es gilt ab 9 Uhr Wir wollten 9 Uhr So und so viel 50 Ab Saarbrücken fahren Deswegen 8 Uhr Von Zwölbrücken Haben wir von zwei Brücken Dann Saarbrücken Eine Einzelfahrt geholt Dann Saarbrücken Straussburg Die Saar-Elfers-Ticket Da hat es als Von allen Bahnhöfen Gilt Haben wir scannt dann noch Obens benutze Saarbrücke Einöten Haben wir eine Fahrkarte Zur Weiterfahrt DB geholt Von Einötener Zweibrücken Jemand wo sich im Tarifsystem Nicht auskennt Der hat Pech geholt Muss man wirklich so sagen Der hat Pech geholt Weiter Zeit mir die Deutsche Bahn App an Dass der Bus 35 Minuten zu spät 25 Minuten zu spät ist 25 Minuten zu spät ist 35 Minuten zu spät ist Was mach ich denn zu gut Ist klar hab ich doch nicht hin Gehe zur Saarbrücken Fahrplan App Die Zeit A verfrühm an Was die DB App nicht macht Die Saarbrücken hat 34 Minuten Was war? Der Bus war pünktlich. Oh, das habe ich schon um sie verzählt. Jo. Stimmt. Tut mir leid. Aber gilt. Was... Was sage? Ja. Saat Fahrplan et Satan. Der Bus wäre vier Minuten zufrieden. Der dann an der Halsstelle vier Minuten wartet. Aber Freitagsobens muss man nicht warten. Also eigentlich nicht. Also bei drei Minuten. Freitagsobens fahrt niemand. Fast nie. Auch auf der Strecke sind wir. Mit der nur ganze Kurve. Jetzt haben wir erst mal genug verzählt. Aber es ist wirklich so. Ich muss auf die Rechenschuhe. Was mache ich? Bremse oder Gasgift? Na jetzt vorbei. Da muss ich jetzt mal schnell... Na ja. Na ja. Vor lauter Verzählen. Tut mal leid. Tut. Eid. 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 Was ist hier schon gesagt? Die ist mit dem Stäbchen. Schiene hat nicht gesagt, gell? Jo... Oder... ach... Wie war das? Wer wohnt noch mal wo? Die Eisbären da und die Pinguine da, gell? Aber was war noch mal wo? Ich glaube, die Pinguine wohnen in der Antarktis. Fress mich nicht, fand ich es falsch gesagt. Ach Gott. Zwei Brücken entdeckt, entdeckt ein Schussloch im Küchenfenster. Oh Jesus. Moment. Andrea Berg, von mir aus. Was wollte ich gucken? Dau. Dau. Pinguine... Wohnen... Nein, warte, ARK, nein, so nicht, da war ARK, Arktis, das glaube ich nicht. Ja, ich habe es richtig gesagt, die wohnen nur in der Antarktis. Aha, so dumm bin ich gar nicht. Volk ist aber vorbei. Also scheinbar noch, kenne, jo, abonniere, jo. Und tschüss. Oh jesus, also tschüss.